Gott sei Dank entwickeln wir uns in Oberösterreich momentan sehr gut. Wir schützen die Gesundheit und unser Wirtschafts- und Arbeitsplatzmotor ist so richtig im Schwung. Darum bitte weiterhin, wer noch nicht geimpft ist, impfen gehen, damit es so bleibt und ansonsten alle Chancen, die sich bei uns im Land bieten, ergreifen. Nicht umsonst sagen wir gerne, willst du weiterkommen, musst du nach Oberösterreich kommen.